Ich wäre mal für ehrliche Demo-Plakate. Wie wäre es zum Beispiel, statt die Ampel muss weg, mal mit ich projiziere all meine Wut über das seit mehr als 60 Jahren voranschreitende Höfe sterben auf die Regierung, die erst seit zwei Jahren im Amt ist und ignoriere nicht zuletzt die Tatsache, dass in den 16 Jahren zuvor mehr als ein Drittel der Höfe gestorben ist und zwar unter Landwirtschaftsministern, die ausschließlich aus der Union kamen. Reflektierte Demo-Plakate, das wäre doch mal was. Auch für andere Demos, statt Wir sind das Volk, könnte man doch ausschreiben, wir sind ein sehr geringer Prozentsatz der Bevölkerung dieses Landes und haben uns hier zusammengefunden, um Aufmerksamkeit für unser Anliegen zu bekommen, auch wenn wir natürlich einsehen, dass in einer Demokratie und allgemein im Leben nicht nur unser Bedürfnis zählt, sondern grundsätzlich immer alle Interessen gegeneinander abgewogen werden müssen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns trotzdem zuhört. Ich weiß. Vielen Dank.